Wir machen jetzt einen neuen Jonglier Trick, der jetzt nicht wirklich so ein richtiger Jonglier Trick ist, aber der ist einfach mal zu Hilfe, wenn ihr mal zum Beispiel einen Ball runterfällt. Ich zeige euch das mal. Wenn jetzt so etwas passiert, das fällt jetzt auf den Boden, dann brauche ich dich jetzt nicht mal hier runterbrücken und den Ball holen. Ich brauche das nicht mehr. Und zwar, ich nehme es mit den Füßen und da ist er. Und am vierten Ball, er ist schon dahin. Und wie ihr das da schon üben möchtet, das werde ich euch in diesem Video zeigen und hoffe, dass es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Leistungsdienst verpasst. Dann gucken wir mal vom Boden an. Ja, beim Kameraperspektive ist es ein bisschen schwierig etwas jetzt einzustellen, aber ist jetzt nicht schlimm. Aber zuerst einmal, ihr seht jetzt den Ball und geht jetzt zum Beispiel mit der linken Hand und holt ihn da mal so hin und her. Das war das erste. Geht hier so mit den Zehen da hin und wirft ihn so hin und her. So. Wenn ihr das Gefühl habt, geht ihr auch mal schon mit dem rechten Bein nach vorne und geht mit dem linken und legt den Ball hier rein und fährt ihn so um. Hier hin und zack. Wenn ihr es habt, müsst ihr den Ball irgendwie ein kässen. Ein, zwei. So. So hin. Oder ein bisschen mal beachten. Legt ihn so hin und legt ihn zu der Art Korb. Also ich werde es euch mal zeigen. Ihr müsst eure hier, diese Zehenspitzen, müssen nach oben gehen. Damit es so aussieht und dann fängt, kann er so einfangen. Das dumme ist, wenn ihr zu stark macht, könnt ihr, kann er auf dieser Seite landen und dann kann er zu oben fahren. Deswegen legt ihr etwa in dieser Ecke, hier in dieser Ecke und dann geht ihr nach oben und dann könnt ihr so hochheben. Etwa etwa so hin, hochheben und aufpassen, dass er nicht auf der Seite geht und dann sieht es etwa so aus. Und dann könnt ihr schon hier so hochheben und dann habe ich den Ball. Das übt ihr so zehnmal. Und wenn ihr den Ball etwa so hält, dann hochhebt, dann sollt ihr schon besser gehen. Und das Problem ist dabei, wenn ihr auf der Seite runter rutscht, müsst ihr es ein bisschen üben. Wenn es so was passiert, wenn es so aussieht, ist es am besten. Und beim Schwung habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wirft ihn so hin oder ihr wirft ihn etwa auf die Seite. Also etwa so. Also das war auf der anderen Seite. Aber das hochheben ist am besten. Ich hoffe mal, dass ihr mit diesem Ball fangen mit den Füßen eigentlich mal ganz schön gut klappen wird. Es dauert nur ein paar Tage bis ihr es drauf habt. Und da braucht man keine wirkliche Jonglage für. Wenn man jetzt drei Bälle jonglieren kann oder zwei, ist völlig egal. Weil es kann einfach jeder versuchen, wer schon jonglieren kann, kann es schon üben. Und zwar wollt ihr nicht mal gebückt mit dem Held in den Ball fangen. Und das braucht ihr nicht. Sondern ihr könnt es auch mit dem Bein nehmen. Und das ist auch kein Problem. Und so eine ähnliche Art geht es auch beim Koinen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn es euch gefällt, liked euch das Video abonniere. Und die Zauberschule war ziemlich gut. Und das letzte Video, das ich euch auch schon gezeigt habe, könnt ihr euch schon auf das i gucken. Und da ging es auch noch in die Information, dass ihr noch die Zauberkünste mit vorführen soll oder nicht. Ja, morgen geht es weiter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch und viel Spaß beim Üben. Für weitere Informationen werde ich euch nochmal benachrichten. Dann viel Spaß beim Üben.